Ich hoffe, der Hammer ist gewetzt. Ja. Aus was für einem Holz ist der denn eigentlich? Was ist denn das? Ist das Mahagoni oder... Haben Sie sich einen Mittelscheitel gezogen oder was? Hatte ich doch schon immer, Herr Juttke. Sie sehen ja aus wie ein kleiner, süßer Junge. Meine Brille fehlt noch, Herr Juttke. Mensch, warum sagen Sie denn nichts? Naja, Sie sehen doch gar nichts. Ja, jetzt. Sehen Sie besser? Ja. So, Aktenzeichen. 7, 3, 8. 7, 3, 8. 7, 3, 8. Haben Sie hier... 7, 3, 1, 7. 7, 3, 1, 7. Warten Sie, habe ich... Hey, der Witz ja... 7, 3, 1, 7. Ja. Teilüberschrift. Ich habe lang genug gewartet. Lang genug gewartet? Hey, oh, wir haben ausnahmsweise Ton. Letzte Woche gab es leider keine Tonübertragung. Und wir haben auch endlich mal Bildqualität. Na dann los. Gehen wir mal rein in den Laden hier. Sehr, sehr, sehr gebräunt. Hi, sind Sie klein. Ich habe doch das ganze Gericht umgebaut. Warten Sie mal, Herr Sablowski, ich muss Sie mal ein bisschen größer machen. Sie sitzen ja da unten wie Arsch auf Eimer. Guck mal ran hier. Wir haben jetzt auch einen Anonymisierungsbalken. So. Herr Juttke, Sie überraschen mich immer wieder positiv. Also, ihr Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Herr Sablowski, also... Nee, ja, wir gucken jetzt. Was haben wir hier? Dann darf ich mitgucken, Herr Juttke. Dafür müsste ich ja wieder so ein Ding anmachen hier für Sie, ne? Korrekt, Herr Juttke. Sie sind scharfsinnig wie ein altes Messer. Wirklich. Also. Sie kriegen gleich mal ein altes Messer im Kopf, sage ich Ihnen. Soweit Sie so frech sind, Herr Sablowski. Das eitert aber schlecht raus aus dem Mottenpfiffi. Ja, da eitert gleich noch was ganz anderes schlecht raus, sage ich Ihnen. Das will nicht wahr sein. So. Wo sind Sie denn? Hier, gucken Sie mit. Herr Juttke, wie sägt denn aus bei Ihnen da? Wenn Sie ganz, ganz errötet. Herr Sablowski, wenn Sie da an Ihrem scheiß Übertragungsgerät die ganze Zeit irgendwie was rumstellen, dann kann ich ja auch nichts dafür, oder was? Aber Herr Juttke, ist doch alles neu. Sie haben doch gesagt, alles neu macht der Mai, ob wenn wir erst im Februar sind. So, ich nehme mal hier ein bisschen Rot raus, weil Sie glänzen ja wie eine Laterne. Ja. Sieht aus, als wäre ich in einem Etablissement des horizontalen Gewerbes. Naja, Sie sind aber da fühlen sich ja wohl in diesem Milieu. Sagt die meine Frau hoch. So, besser. Jetzt ist es ein bisschen blasser. Sehen Sie sich nicht mehr so gesund aus. So fühle ich mich wohl, Herr Juttke. Sehr schön. Haben Sie jetzt das aufgemacht? Können Sie das jetzt sehen? Können wir diesen Fall behandeln jetzt hier? Ja, Herr Juttke, Sie machen doch immer hier auf den großen Gerichtssaal noch so ein Display für mich, damit ich Ihnen das sehe. Ja, haben Sie das, habe ich Ihnen noch geschickt jetzt hier. Machen Sie doch mal auf das Ding. Mache ich auf. Wird aufgeruppt wie ein Westpaket. Mann, Mann, Mann. Ich habe heute ein Westpaket gekriegt, Herr Zablovski. Mann, 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 Herr Juttke, jetzt muss ich hier auch noch. Eieiei. Oh, jetzt kommen wieder die Beschwerden aus dem Saal, dass Sie irgendwie grüne Haare haben. Ich kriege hier die Motten her, Herr Zablovski, mit Ihrem Scheiß. Na, sag doch, Mottenpfiffi. Oh, jetzt haben Sie keine grünen Haare mehr. So ein bisschen roter, aber ist okay. Haben Sie halt ein bisschen getrunken. Herr Daumen, was, Herr Zablovski? Können wir rinnen jetzt da, oder was? Ja, ich warte die ganze Zeit auf Sie. Ich warte nur auf Sie, Herr Zablovski. Die ganze Zeit schon. Schießen Sie ab den Jummi jetzt. Warten Sie mal kurz. Ja, wie jetzt? Jetzt muss ich wieder warten. Na klar, es geht hier jetzt auf und ab, hin und her, kreuz und quer. So. Können wir jetzt loslegen? Jetzt hauen wir die Hacken in Asphalt. Jawohl. Na, dann los. Was haben wir denn jetzt hier? Hoppla. Ja, der Deliquent denkt sich, hat lang genug gewartet. Vielleicht weiß ich nicht, hat er den Bus verpasst oder ähnliches oder denkt, das war jetzt der letzte Bus. Ist ja oft auf dem Dorf so, siebeneinhalb Stunden später fährt der nächste oder erst nächsten Sonnabend. Dann aber nur auf ungeraden Tageszahlen. Wer hat denn da jetzt wen angeklagt eigentlich? Kleinen Moment, ich prüfe das nach, Herr Juttke. Ja, was sollen wir denn jetzt hier sehen? Hä? Kleinen Moment. Was? Ist schon alles richtig, der Porsche wurde in dem Fall angeklagt. Ja, unsafe rejoin, würde ich sagen, oder? Herr Juttke, also... War das jetzt so ein leichter Fall von Ihnen oder was haben Sie sich dabei gedacht? Na, Herr Juttke, wir müssen doch auch erstmal reinkommen wieder, oder nicht? Das muss doch erstmal, die Maschinerie muss doch geölt werden. Der Hammer, erstmal leicht, bevor wir dann aber mal so richtig... Jetzt muss ich erstmal wieder Ihre komische, äh, komische Schnodder-Datei da wieder aufmachen. Aber, aber Herr Juttke, da habe ich Ihnen doch alles übersendet. Ja, ich weiß, aber schon wieder in so einem komischen Schnodder-Format hier, womit kein Mensch was anfangen kann. Na, sagen bloß, Sie haben hier nicht Axel Foley, das auf dem Apparat... Natürlich nicht, habe ich das nicht. Sind wir hier wieder bei armen Leuten, oder was? Ja, sind wir. Entschuldigen Sie bitte. So. Ach, da haben Sie ja sogar schon vorbereitet, die ganze Sache. Na, Herr Juttke, was denn... Also, das ist ja wieder jetzt allerliebst, was Sie hier gemacht haben, Mensch. Herr Juttke. Na, da sind wir uns ja einig. Ja, da sind Sie doch mit Ihrer Frau, äh, meiner Frau im Urlaub. Ja. Schön lang im Urlaub. Haben Sie mich sitzen lassen. Minus 80, minus 4, 0,4, weg jetzt. Tschüss. Wird gleich abgemeldet, das Ding. Zack. Übersendet, Strafe ist raus. Jawoll. So, was haben wir denn noch in der Akte? Gucken Sie mal in der jetzt, Herr, äh, Sablowski. 7, 3, 1, 8. 7, 3, 1, 8. Ist, äh, aus der Ruhi-Liga, habe ich vernommen. Aha. Es ist ein ähnliches Auto. Der Flipper-Automat. Ich sehe schon wieder... Oh, da muss ich aber... Meine Damen und Herren, ich muss mal ganz kurz darauf aufmerksam machen. Äh, das Kfz hat ein, ein, äh, also... Es ist kräuterlich unterwegs. Wir unterstützen das hier nicht. Ja? So. Wie, Herr Juttke, sich hier hinten im Kabuff aber mal ordentlich die Eimer rinballern, hier, äh, fünf Köppe vor der Verhandlung, aber dann, äh, nicht... Okay. Ach so. Herr Sablowski, ich glaube, Sie verwechseln mich da gerade mit, äh, Mr. Schnubhund. Wenn Sie verstehen, wie ich meine. Herr Schn... Ah, ja, genau der. Na, dann schauen wir mal. Ich glaube, der wurde sehr hart herangenommen, der junge Mann. Schauen wir mal. Oh, was ist da vorne denn mit dem Nanu? Ja, um diesen Deliquenten in dem, äh, After 8 mintgrünen Bentley handelt sich das auch, der unseren Kräuterwagen, äh, leicht entgegenfährt. Moment, was? Ist das nicht Ahorn oder was ist das da auf der Lackierung? Nee, Eiche. Doch, Ahorn. Eiche. Eiche. Ja. Das Ahorn. Der steht doch, der Wagen. Schauen Sie mal. Der steht doch. Ja, das ist auf, also mal hin oder her, ob er jetzt da an der Stelle gestanden hat. Also ich meine, es hätte, es hätte sich nichts geändert, also, Herr Sablowski, es hätte sich nichts geändert, er wäre da so oder so reingefahren, der Kräuterwagen. Ja. Aber trotzdem ist es ein Massencrash am Start. Da sind wir uns, denke ich, einig, oder? Da, ein, 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 einig wie ein eier Zwillinge. Ja, dann können wir ja gleich mal, er hätte es die Strafe, äh, vollbringen, Permabann. So. Jetzt holen Sie aber den Hammer raus. Also, Herr Sablowski, haben Sie da in der Akte, also, Herr Sablowski, haben Sie da in der Akte, also, ein paar Seiten fehlen, weil ich mir, äh, ähm, Meditationszigaretten davon drehen musste. Ja, Herr Sablowski, aber, äh, da, also der, der junge Mann war noch nicht auffällig. Da müssen wir, da müssen wir ganz klar sagen, aber unsafe rejoin war das auf jeden Fall nicht, Herr Sablowski, das war einfach mal ein Massencrash am Start. Ja, na, also, er fährt ihm so leicht entgegen, wie man dann in den Anwärmen sehen kann, aber... So oder so nicht geändert, er wäre da so oder so rein gefahren. Er wäre so oder so da reingefahren. Also, dieser eine Zentimeter ändert da nichts, das war einfach nur ein Massencrash, den er verursacht hat, weil er da reingedeift ist wie so ein Verrückter und wahrscheinlich irgendwie mit seinen Pontaletten, äh, von der Bremse abgerutscht ist. Könnte, könnte schon sein. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich, äh, irgendwelche Billigfabrikate. So, minus 80, minus 0,4 würde ich sagen. Gehen Sie da mit d'accord, weil der junge Mann war sonst noch nicht auffällig. Ja, wenn Sie jetzt aber sagen, Massencrash, dann müsst ihr ja vielleicht nochmal drei Tage nachdenken, also, vielleicht schauen wir uns das nochmal an. Wir sehen es ja auch, ähm, ungefähr in der Mitte des Videos. Ich meine auch eher, also, dieser After 8, mintgrüne Bentley, der wird da auch leicht gestupst. Müssen wir vielleicht jetzt nochmal ein Auge draufwerfen. Ich meine, hier rattert er durch, äh, wie das warme Messer durch die Butter. Nee, der setzt zuerst an. Ja, das stimmt. Der setzt zuerst an, das ist ein Massencrash. Ja, Herr Juttke, Sie haben scharfe Augen. Erst er und dann der, der, der Ferrari. Aber da muss man ja auch mal sagen, was ist denn mit den ganzen Leuten los? Wollten die in der ersten Kurve das Rennen gewinnen? Scheint so. Das scheint manchmal so Uso zu sein, wie beim Griechen. Ah. Können wir das hier nochmal sehen, aus der Perspektive des anderen, ja. Ja, also, der, der rammelt da schon ordentlich durch. Ja, das ist ein Massencrash. Ja. Na denn? Er war auch die ganze Zeit auf dem Gaspedal. Na ja, dann lassen Sie mal den Hammer fliegen, Herr Juttke. Da wird es wahrscheinlich ein Drei-Tage-Bahn geben. Ja. Und dann machen wir erst mal einen ganz dekadenten, äh, wo haben wir denn hier einen vorgefertigten, schönen Text für Massencrash? Müsste relativ weit oben sein, Herr Juttke. Mh, Rennstart, Massencrash. Hier haben wir ihn doch. Dann schicken wir doch mal eine schöne, performante, leckere, schmecki Antwort raus. Zack. Das werden jetzt leider drei Tage werden, minus 80, minus 0,4. Und tschüss. Jawohl, Herr Juttke, das geht ja heute hier wie beim B-Z-Bahn. Drei Tage Pause. Was haben wir denn im Aktenkatalog, Herr, äh, Sabloski? Gehe ich richtig in der Annahme, dass jetzt Aktenzeichen 7319 kommt? Also, Herr Juttke, ich... Scharfsinn. Wirklich. Wirklich. Wie ein japanischer Messer. Hier müssen Sie vielleicht mal prüfen, ob das funktioniert, weil... Haben wir schon alles ein bisschen auch angepasst und geändert? Ich kontrolliere. Nee, können wir nicht verwenden. Geht nicht. Okay. Nee, das können wir leider nicht nehmen, weil das ist jetzt für unsere Beweihe... Können wir nicht anonymisieren. Okay, dann kicken Sie mal, raten Sie mal, was jetzt kommt. 7320. Sehen Sie, Sie brauchen mich doch ja nicht. Naja, schon ein bisschen. Was ist denn hier vor... Also, was ist denn hier die Beschreibung? Gequetscht wie eine Zitrone. Gequetscht wie eine Zitrone? Ei, 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 ei. Na, da schauen wir mal. Ich sehe schon, was passiert. Ich kann es schon erahnen. Und es ist Runde 1. Ihnen kann ja auch keiner was vormachen. Es ist Runde 1. Und tschüss. Ah. Oh. Hier sehen wir, wie der, äh, Angeklagte... Wer ist denn von den beiden jetzt angeklagt eigentlich? Der Ferrari, Herr Juttke. Scharfsinnigkeit, äh, so schnell wieder verloren, oder? Tja, werden Sie jetzt mal bitte nicht frech. Ich prüfe, Herr Juttke. Ja, alles... Alles richtig, Herr Juttke. Alles richtig. Also hier sieht man, wie der Ferrari dem, äh, Kläger wenig Platz lässt. Woraufhin es danach zu dieser Situation kommt? Herr Juttke, was sagen Sie? Hm. Also mein, mein innerer, äh, mein innerer, äh... Schweinehund? Nee, nicht Schweinehund. Mein innerer Richter möchte da gerne eine Strafe verteilen, weil, äh, ich nicht möchte, dass, äh, Leute so verteidigen, weil das war schon sehr schmutzig. Es war sehr, sehr schmutzig. Und im Nachgang hat er das Auto verloren und hat dann durch das Verlieren des Autos dem anderen, äh, das Rennen kaputt gemacht. Also ich würde da schon hart reingehen. Mit einer Minus 80 und 04. Das ist auf jeden Fall kein, kein Rennunfall. Zumal das, glaube ich, sogar auch, wenn ich das richtig sehe, äh, Runde 1 ist, ja? Ja. Also die Ermittlungsbehörden haben mir jetzt hier mitgegeben, die würden da auch, wie ihren ersten Gedanken und wie auch hier im Gerichtssaal manch einer reingerufen hat, würden da no further action vergeben. Ich bin mir in dem Fall aber auch ein bisschen unsicher. Klar, er quetscht ihn da ein bisschen. Danach verliert er die Karre. Also wenn man es jetzt getrennt beachten würde, hm. Ich meine, das Quetschen war jetzt nicht so, also so viel Saft kam jetzt nicht raus. Das reicht vielleicht gerade mal für, für so ein kleines, äh, hier Finken-Nap an Zitronensaft. Und danach verliert er die Karre und da bin ich dann wieder bei, bei, bei den Ermittlungsbehörden no further action, weil das ist natürlich dann nicht absichtlich. Herr Juttke, so der erste, ja nicht schwierige Fahrer, aber der erste, der schon ein bisschen ihre Scharfsinnigkeit auf die Probe stellt. Nö, eigentlich nicht, weil der Ferrari macht, äh, macht die Linie zu, obwohl er, äh, neben ihm ein Auto hat. Und damit, äh, fängt das ja alles an. Und dadurch hat er ja das Auto, er hat ja selber diese Situation, äh, er hat ja selber die Situation provoziert mit seinem Fahrverhalten. Ja. Also er hat ja wirklich offensichtlich versucht, ihn abzudringen und noch die Linie zu kriegen und hat dann dementsprechend auch versucht, auf Rennlinie zu bremsen, was er aber gar nicht machen kann. Zumal erstens Runde 1, zweitens, äh, Reifenkalt, drittens, Bremsekalt und dann so Manöverfahren, schwierig. Er hätte, was er viel einfacher machen hätte können, was für ihn, was für ihn besser ausgegangen wäre, wäre er in der Mitte gefahren und hätte den McLaren so einfach die schnellere Linie dicht gemacht, weil dann hätte der McLaren langsamer fahren müssen und dann hätte er sein Auto nicht verloren. Korrekt. Also dementsprechend, äh, solch, solch ein Verhalten, glaube ich, äh, möchten wir auch hier bei der LFM gar nicht dulden, weil das ist richtig dreckiges Verteidigen. Also ich würde Strafe aussprechen. Ich würde da eine klare Strafe aussprechen. Also ich bin da auch bei Ihnen, weil wir, hätten wir jetzt nur die Situation, ohne dass er ihn da rausquetscht, sage ich mal, dann wäre es ganz klar, dann wäre es für mich no further action. Genau, dann wäre es ein Rennunfall, ja. Weil er, also ich meine, am Ende, wenn er das Auto verliert, verliert er es so, kann keiner was machen, aber durch dieses fehlende Platz lassen ist halt, äh, ist halt schmutzig. Aber ich würde trotzdem sagen, 80, äh, 80, 03 ist vielleicht ein bisschen hart, was ich auf jeden Fall nochmal gucken möchte, ist, wie auffällig er gewesen ist, vorher. Ja. Schauen wir mal ins Führungszeugnis. Das Führungszeugnis ist, äh, rein wie, äh, meine Haut und deswegen, glaube ich, gehen wir auf 60, äh, 03. Haben Sie jetzt da ein Neue Peeling? Können Sie mir da irgendwas empfehlen? Ist das, äh, so ein bisschen mit Sand? Oder machen Sie das mit... Fragen Sie doch mal meine Frau. Hat sie Ihnen das nicht gezeigt im Urlaub? Äh, äh, ähm, nächster, nächster Fall, die 7, 3, 2, 1, Herr Juttke. Mhm, 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 7, 2, 1, ja. Ich möchte mal ganz kurz was, äh, aus dem, aus dem Gerichtssaal, äh, aufreichen. Unterm Strich hat er verteidigt, ob schmutzig oder nicht, äh, und, äh, der McLaren war übermotiviert. Der McLaren war überhaupt nicht übermotiviert, übrigens. Der McLaren hatte genau die richtige Geschwindigkeit. Der Ferrari hat das Auto selber verloren, ohne das Mitwirken des, äh, äh, ohne das Mitwirken des, ähm... Können wir mal bitte nicht den Saal scheißen hier, Herr Major? Ups. Der hat das Auto selber verloren, ohne den Einfluss des McLarens. Und, äh, was daran schmutzig ist, äh, also, ob jetzt schmutzig oder nicht, ist das nicht fein. Und sowas möchtest du auch nicht sehen, weil dieser Unfall war schon provoziert und von vornherein klar. Weil nochmal, der Ferrari ist so gefahren, dass er auf der Rennlinie bleibt. Er hat auch oft für Rennlinie gebremst, aber er war nicht auf der Rennlinie. Dementsprechend hat er sein Auto weggejietet und hat auch dementsprechend, äh, die Verteidigung gegen den McLaren sehr falsch angefahren. Und das ist nicht gut, das möchte keiner haben. Und schon gar nicht in Runde 1. Das können wir leider nicht gucken, Herr Sabloffski. Das ist wieder, äh, ein bis zwei sind dabei, Whitescreen, da müssen wir... Ja, ich guck gerade nochmal rein, ob wir, nee, können wir leider nicht machen. So einen überdimensionierten, äh, schwarzen Balken können wir nicht bauen. Herr Juttke, Sie sind doch, Sie sind doch so auf Zack. Vielleicht machen Sie auch für die nächste Gerichtsverhandlung, äh, in dem Fall... Nein, nein, ich baue, nein, dafür baue ich nichts, Herr Sabloffski. So eine zweite, wo man dann sieht... Nee, Herr Sabloffski, tut mir wirklich leid, aber das geht nicht. Wir können ja hier nicht für Hinz und Kunst irgendwas bauen, wie sieht denn das aus? Ist ja, ist ja gut. Wissen Sie, Sie fahren in Urlaub mit meiner Frau, machen sich da, machen sich da eine schöne Zeit im Whirlpool, lassen sich die, äh, Eier schaukeln und ich sollte hier die ganze Arbeit machen zu Hause, oder was? Ich glaube, es hat bei Ihnen. Meine Scharfsinnigkeit sagt mir 7322. Unfassbar, Herr Juttke, unfassbar. Aber in den Regeln steht nicht, dass der Überholende für einen sicheren Überholvorgang Sorgen leisten muss. Der Überholende, da hat er, der, wieso, also der McLaren hat doch jetzt in dem Fall gar nichts gemacht. Der ist doch sauber hinterher gefahren, der hat doch damit überhaupt gar nichts zu tun. Außer, dass er abgedrängt wurde und danach abgeschossen wurde. Ja. 7, 3, was nochmal, bitte? 2, 2. 2, 2, wir gucken. Teilüberschrift. Das ist wieder so ein Ding, Herr Sabloffski. Ja. Dann weiter. Jetzt aber, aufpassen, 7, 3, 2, 4. Ah, da haben Sie einen ausgelassen. Ja. Oh, das sieht ja, ei, ei, ei. Ich sehe schon wieder, oh, oh, Herr Sabloffski, was haben Sie denn da schon wieder für ein Goldstück rausgesucht? Oh. Nur das Beste zum Feste. Ich sehe schon, ich sehe schon. Ah, hier wieder auf dem guten Nürburgring und dann gleich in der ersten Kurve. Und da vorne sieht es schon wieder aus wie bei den Ludolfs auf dem Schrottplatz. Na, dann mal los. Mit guter alter Haufen-System. Wobei es in dem Fall hier gar nicht darum geht, sondern um genau diese Situation hier. Wo ist der da? Der Delinquent im BMW kommt auf die Strecke zurück. Hier erstmal leicht gekuschelt. Dann hier schnell. Ja, und dann verpasst er einfach, äh, die Einfahrt. Naja, also wenn wir ehrlich sind, hätte der McLaren auch ein bisschen aufpassen können, weil neben ihm ist ein Auto. Und er zieht die Tür einfach zu. Naja, aber muss nicht der, der von der Strecke zurückkommt, wirklich gewährleisten, dass er gefahrenlos auf die Strecke zurückkommt? Ja, 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 das ist absolut richtig. Erstmal unsafe rejoin. Das hätte der McLaren aber auch, äh, vermeiden können. Also, was man hätte besser machen können. So war das jetzt in Andacht, äh, Herr Sablowski. Der rejoin an sich war sowieso scheiße. Da müssen wir nicht drüber reden und der, äh, den sollten wir auch bestrafen. Man hätte aber trotzdem ein Stück beiseite fallen können und nicht, äh, die Tür so... Ja, ich sag mal, der McLaren hatte aber rechts ja, äh, auch den Audi. Also, wo soll er denn, wenn er da rechts ausweicht, dann... Ich frag mich, was der Audi da macht. Ach so, der Audi, der ist ja gleich mit dazu noch. Ei, 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 der hat ja gleich beide getroffen. Ja, da sind wir ja, da müssen wir uns einig, glaube ich. Das ist schon ein safe rejoin. Richtig, also, der McLaren, finde ich, wo soll er denn hin? Also, wenn der BMW da zurück auf die Strecke kommt, dann muss er dafür Sorge tragen, dass das auch wirklich dann funktioniert. Also, ich sehe hier den McLaren, keiner teilt schuld und... Nein, 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 Schuld hat er nicht. Es geht ja nur darum, was man hätte besser machen können. Aber ich sehe gerade... Ja, absolut. Ich sehe gerade, das wäre eh nichts geworden. Da muss ich mich leider korrigieren. Das hätte so nicht geklappt mit der Verbesserung. Das ist einfach kacki. So, was haben wir denn gesagt? Das war die, äh, 2, 3, 2, 4. Ja. 3, 2, 4, genau. Ei, 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 ei. Überschrift, ja, 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 nein. Das wird teuer. Minus 80, 04. Tschüss, abgeschickt. Mensch, Herr Jutke, das geht ja heute hier so schnell, da hätte ich ja fast mehr vorbereiten müssen. Das ist okay, wir können auch mal einen Tag haben. Wissen Sie, wir sind ja gerade aus dem Urlaub erst wiedergekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Herr Sablowski, wir können auch einfach mal schnell arbeiten. Da kommt bestimmt noch wieder so ein scharfsinniger Fall. Was haben wir denn jetzt? Also, lassen Sie mich raten. Warten Sie kurz. 7401. Herr Jutke, Ihnen kann keiner was vormachen. Wirklich. Scharfsinnig. Keiner. Scharfsinnig wie eh und je. Aber es ist auch kein Wunder. Mit so einem wunderschönen Staatsanwalt wie Ihnen, wissen Sie, gehen wir mal rin. Was ist denn hier vorgefallen? Erzähl Sie mal. Ähm, der Volley-Schuss. Der, oh. Ja. Ah, ich kann mich schon vorstellen, was hier passieren würde. Zack. Schön in den rechten Klick eingehämmert. 1 zu 0. Für McLaren. Da muss ich jetzt mal ganz kurz eine Frage stellen, Herr Sablowski. Ja. Ich muss das jetzt so, ich versuche das mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, vernünftiger auszudrücken. Ja? Versuchen Sie mal. Also es ist ja, in allen Fahrzeugen haben wir doch diese, äh, Applikation, dass man sehen kann, ob ein Fahrzeug kommt oder nicht. Sieht das richtig? Korrekt. Dann muss ich jetzt die Frage stellen, brauchen einige Menschen eine neue Brille? Also das war zappenduster den Abend und vielleicht ist die Lichtmaschine zu dem Tag aufgefallen. Aber, äh, also ich sag mal, wenn ich da schon so stehe und da kommen Fahrzeuge, dann mach ich doch nicht das hier. Herr Juttke? Also ich mein, man könnte, wissen Sie, wenn, wenn, äh, es gibt da so eine Funktion, die nennt sich R, Rückwärtsgang. Ich mein, nach hinten war ein halber Parkplatz frei, ich mein, man hätte, man hätte... Ich dachte, das ist die Rallye-Funktion, das R, aber na gut. Ne, das hat mit Rallye leider nichts zu tun, da muss ich Sie enttäuschen, aber, äh, damit sind wir uns ja wohl... Ist das schon wieder Runde 1? Äh, das kann ich jetzt nicht. Ne, das ist... Nein, ist nicht. Es ist Runde 7. Runde 1. Na, das ist doch ein Unsafe Rejoin, wie er im Buche steht. Also Bilderbuchmäßiger Unsafe Rejoin. Ich verstehe das nicht, was mit den Leuten nicht ganz... Also wirklich, da muss, da muss, da muss auf jeden Fall, äh, da muss mehr gearbeitet werden. Da muss mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Wir brauchen jeglichen Sprachen auf dieser Welt, brauchen wir einen Gerichtssaal, dass Menschen endlich anfangen zu lernen. Ja. Na, ich glaube, die Ermittlungsbehörden haben mir schon gezwitschert, dass es ab der nächsten Legislaturperiode, also sprich Season, ja, wohl noch empfindlichere Strafen geben wird. Oh, das gefällt mir. Oh, das ist ja Musik in meinen Ohren. So, Antrag ist raus. Auch, auch zum Beispiel mit Zurücksetzen auf die Ruki-Lizenz etc. pp. Da sind wir gerade noch in Abstimmung. Muss ja alle durch den Bundesrat, Bundestag, dann, äh... Kutti, Tante, Onkel, Cousin. Feuerwehrverein, die müssen alle noch zustimmen. Mhm. Aber, ähm, die Strafen werden definitiv erhöht. Und wie genau das aussieht, ähm, wie gesagt, da befindet sich gerade noch das Gesetz in Abstimmung, aber... Marco Fatz. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir 7402 behandeln. Ach, Herr Juttke. Herr Juttke. Toll. Wirklich toll, wie Sie das antizipieren können. Sie arbeiten so gut zu. Nachdem Sie, nachdem Sie im Urlaub waren und, äh, meine Frau geknistert haben, äh, begleitet haben, äh, scheinbar. Ja, Ihre Frau oder was auch immer, äh... Na, meine Frau, habe ich ja gesagt. Ja, 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 ja. Wir gucken mal rein, Herr Oblowski, was hier passiert ist. Ich habe schon aber viele Runden, die hier gefahren wurden. Ja, das ist von einem Endurance-Rennen, diese drei Stunden, die jeden Tag zum Sonntags-Kaffee-Kränzchen abgehalten werden. Überschrift, nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack. Da braucht man eigentlich gar nicht mehrere Perspektiven. Das war ja, das war ja schon, also, mit Anvisieren. Korrekt, Herr Juttke. Was haben Sie denn da, was haben, was steht denn die Staatsanwaltschaft vor? Also die Staatsanwaltschaft schlägt hier vor, ähm, Bestrafungsgrund-Causing-Econdition, Verursachen einer Kollision. Und hier, dadurch, dass es nicht in der ersten Runde war, den Standardsatz 60 ELO-Abzug und 0,3 Safety-Rating-Abzug. Das wäre schon fast zu wenig, ich würde ja schon wieder gleich einen ganzen Monat draufhauen auf sowas, wenn ich das sehe. Da gebe ich Ihnen recht, Herr Juttke, aber wie gesagt, da unser Versprechen, dass wir die Gesetze in der nächsten Legislaturperiode verschärfen werden. Natürlich nicht. Sind Sie denn des Wahnsinns? Warum stimmen Sie denn da ein, den einen Monat nach Hause zu schicken, sagen Sie mal? Naja, Monat nicht, aber sagen wir zwei. Naja, also hören Sie mal auf jetzt hier. Ist abgeschickt, ist bearbeitet, weg. Herr Juttke, toll. So, jetzt aufpassen, die 7, 4, 04. Da haben Sie die 3 ausgelassen? Wir haben die 3 ausgelassen. Sie Schelm. Sie Schelm. Sie Schelm. Da wollten Sie mich vorführen, was? Aber ich habe es gerochen. Deswegen habe ich gewartet. Herr Juttke, auch hier wieder. Kein Ton. Sie sind auf Zack. Sie sind auf Zack. Was gucken wir uns denn jetzt hier ohne Ton an? Bewegte Bilder ohne Ton. Ja, ein halbes Rennen wird hier im Video reportet. Erstmal aus der TV-Perspektive. Aber, Herr Juttke, seien Sie geduldig. Die richtigen Kameraperspektiven werden noch folgen. Überschrift Krieg der Sterne. Wo wollen Sie denn da hin? Vielleicht nach Hause oder zu meiner Frau? Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt schon wieder an Anonymisierungsbalken nicht in Ordnung? Ich habe eine Wortkreation geschaffen. Ruhe da draußen auf den Billigen Plätzen. Sonst gibt es 10 Minuten Pause. Ja, das ist halt causing a collision, oder? Also ich meine, da müssen wir ja gar nicht... Also ich meine, der Delinquent merkt noch, dass er da wohl zu spät auf der Bremse ist. Versucht da irgendwo nah auszuweichen, aber... Da hätte er ein bisschen mehr ausweichen müssen. Ja. Ja. Aber dementsprechend würde ich da vorschlagen, causing a collision, ähm, minus 60 Elo, minus 0,3 Safety Rating. Ja, 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 ja. Sie sind wirklich ein... Sie sind wirklich... Also, muss ich ganz ehrlich sagen... Eins drüber, Herr Juttke. Jawohl, klasse. Entschuldigung. Entspann dich mal. So. Was haben wir denn als nächstes? Wir überspringen wieder ein Video. 7, 4, 0... 6. Hey, Juttke. Toll. Wirklich toll. Wollen Sie mich jetzt schon wieder verarschen? Ähm... Nein. Besser ist er auch. Besser ist er auch. Sonst kriegt sie nämlich gleich mal vier Tage. Ruhepause. Kann ich ja wieder mit, äh... meiner Frau bereisen. Lass mich an deinem Auspuff schnüffeln. An meinem Auspuff wird gar nicht geschnüffelt. Na, das wäre auch ein bisschen... An meinem Auspuff wird... Ah, vorsichtig. Da würde mir ja der Gewürzprüfer abfallen. Vorsichtig, Herr Zabloski. Sie lehnen sich heute sehr weit aus dem Fenster. Sehr weit. Das könnte für Sie das früher ausbedeuten. Und dann kriegt sie gleich mal einen Fitch-Prime-Strafe. Oh nein. Oh ja. Oh nein. Oh ja. Oh nein. Ich habe das nämlich vorhin schon gesehen. Dass sie nicht mal ihre Gebühren gezahlt haben. Herr Zabloski. Ähm... 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 Gehen wir... Wir gucken jetzt, ja? Wir... Wir gucken. Ähm... Schon wieder kein Ton. So, wer schnüffelt denn hier an wem? Prima. Da wird geschnüffelt. Ja. Einmal die Stoßstange geleckt. Jetzt hat er eine pelzige Zunge. Runde 1, ja? Korrekt. Schön. So eine Leute liebe ich ja in Runde 1. Prima. Schön. Tolk. Weltklasse. Schön. Das... Also wirklich. Das ist ja traumhaft, sich das anzusehen. Wie danach noch 20 Mal Ping-Pong gespielt wird. Haben die Leute alle Tomaten auf Augen? Wie sind die denn nach da vorne gekommen in diesem Rennen? Sagen Sie mal, Herr Zabloski. Runde 1. Ich glaube, da wurde die Startaufstellung gewürfelt. Ja, da wurde wirklich gewürfelt. Oder das sind wir hier diese heißen Rundenfahrer? Ja. Eieiei, Eiei. Korrekt. 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 Korrekt in der Lab 1. Minus 80. 0.4. Was haben wir denn da? Gucken wir mal kurz in die Akte rein. Ich würde nämlich gerne ein bisschen mehr draufdrücken. Da sind schon einige Einträge vorhanden. Und alle von dieses Jahr. 1, 2, 3, 4 von diesem Jahr. Einen Moment, Herr Juttke. Und wir sind gerade mal im zweiten Monat, Herr Zabloski. Na, also ich sag mal, er hat letztes Jahr schon einige Rennen gehabt. Da ist nichts passiert, aber... Viel in diesem Jahr? Nee, wobei... Nee, die... Die Quote ist gleich. 10 Prozent. Ja, Zabloski. Also ich würde da nochmal drei Tage mit dazu packen. Ich sag mal so, sie machen da auf jeden Fall nichts falsch. Mir würde jetzt aber für... Ah, okay, sie haben ja recht. Erste Runde. Es ist in der ersten Runde? Für drei Tage ist es mir... Ah, gerade diese Kurve ist ja als Unfall schwerstellbar. Wolle bekannt. Ha, schwierig. Naja, aber mit dem Wissen, dass er dieses... Mit dem Wissen, dass er dieses Jahr schon viermal sich einen Schein abgeholt hat. Ja, ein Knöllchen. Also... Gucken Sie da... Schießen Sie nochmal den Jummi ab. Warten, von Jummi. Zeigen Sie mal bitte nochmal das Filmchen. Warum? Was wollen Sie denn da sehen? Er hat sich einfach verbremst und ist dem Rennen gefahren in der ersten Runde. Ohne Benimmse, ohne Wenn und ohne Aber. Was wollen Sie denn gucken danach? Und dann ist danach noch ein Massencrash entstanden. Ich meine, er bremst aber ja... Ja, das kann er sich dann aber auch schenken, das Bremsen. Und das hat er auch nur gemacht, damit er die Kurve kriegt. Hier, der AMG passt auf jeden Fall gut auf. So, zack, eins. Zwei. Da auch noch einer drei. Also, da war schon noch ein bisschen was involviert. Ja. So, und das Bremsen jetzt... Das Bremsen, passen Sie auf. Rinn. Zack. Und das Bremsen... Leicht gelöst. Genau, leicht gelöst, damit er nach oben kommt. Ja. Nö. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Sablowski, da mach ich noch drei Tage mit extra. Die gibt's noch gerade so obendrauf. Bin ich d'accord. Ist Sonderaktion im Moment. Ja, da kommen noch drei Tage dazu. Und Tschüssingkowski. Warten Sie mal, warten Sie mal, dann müssen Sie in einen anderen Text, oder? Nee, korrekt. Das ist ja immer noch Kollisionen im Ersten. Warten Sie mal, warten Sie mal, warten Sie mal. Lassen Sie mich das nochmal ganz kurz gegenprüfen. Ich glaube, da kann man noch einen anderen Text nehmen. Moment, ich gucke das nochmal aus der Akte. Ah, Runde eins. Ah. Ah. Nehmen Sie mal aus, genau, nehmen Sie mal da die Zeile sechs, bitte. Die Zeile sechs? Ich denke, die passt. Ich denke, die passt. Mhm. Diese, ja? Ja, ja, ja. Korrekt, Herr Lütke, korrekt. Dann machen wir die. Ist mir eigentlich relativ schnuppe, was da steht, weil, äh, es ist, wie es ist am Ende. So. Sind Sie damit d'accord? Raus. Drei Tage Pause. Scheint wohl nicht sein Ja zu sein. Nächste. Herr Lütke, kleinen Moment, ich prüfe. Ja, wissen Sie was? Ich kriege schon wieder ganz wilde Ohren hier. Sieben, vier, null, sieben. Sieben, vier. Ja, ja, machen Sie. Genau. Achtung, Achtung, auf der A45 kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Eieiei, ich sehe ja schon wieder, dass das das gleiche Auto ist. Huiuiui, der hat aber richtig Zucker gekriegt. Ja. Wahrscheinlich wurde wieder geschnüffelt. Ja, diesmal von der anderen Seite. Also, da fragt man sich, ist das nicht eine Einbahnstraße, so eine Rennstrecke? Das geht doch eigentlich normal in eine Richtung, oder? Ich fall vom Glauben ab. Ich fang Sie auf, Herr Lütke, ich fang Sie auf. Ich fall vom Glauben ab. Ich glaube, er war ein bisschen, er hat ein Orientierungslos gezogen. Und da war, glaube ich, eine Niete drin. Da fallen mir keine Worte zu ein, die nett wären. Also... Sehe ich eh nicht, Herr Lütke, sehe ich eh nicht. Da fallen mir wirklich keine Worte ein. Das ist ja, also... Ich denke, da sollte er auch mindestens drei Tage mal drüber nachdenken, ob das die richtige Richtung war auf der Strecke. Das machen wir aber sowas von drei Tage. Ist gleich raus. Mit roher Gewalt habe ich das Ding da reingeprügelt. Weil wenn ich sowas sehe, da wird mir ja ganz schlecht. Da wird mir ja ganz schlecht. Wie kann man denn sowas fabrizieren? Was haben wir denn? Herr Lütke? Ja. Fragen Sie mich nicht. Fragen Sie mich nicht. Ich habe mir selber an meinen Mottenpfiffi gefasst. Und da werden mir beide die Löckchen wieder gerade gewonnen, als ich das gesehen habe. Herr Lütke, wir machen als nächstes die 7-4-1-1. Was haben wir denn hier? Unter dem Titel Stupsnäschen. Schon wieder so ein Stupsnäschen, ja? Ja. Schauen wir mal. Ach, hier wieder zum Kaffeekränzchen. Ja. Katsching. Weltklasse. Bei der Porsche nimmt hier ein bisschen mehr Schwung mit raus. Nichts Böses, sage ich mal. Das ist so ein bisschen wie beim Rückwärts- oder Vorwärts-Einparken. Man hat hier noch Last Christmas auf den Ohren. Ist gerade seine Butterstulle, die im Angebot war bei Bäckerei Tonke. Ja, und dann unterschätzt man das so ein bisschen. Nämlich, wie gesagt, nichts Wildes. Aber auch das muss natürlich bestraft werden, Herr Lütke. Ja, das ist uns allen schon mal passiert. Schön ist es nicht. Schön ist es nicht, aber... Deswegen würde ich das auch gar nicht überdramatisieren. Aber auch hier, klar, minus 60 ELO und minus 0,3 Safety Rating. Sind wir da schon durch jetzt gleich? Sehe ich das richtig? Naja, Herr Lütke, ich kann ja nicht ahnen, dass Sie heute den Hammer aber so weit von gewetzt haben. Sonst quatschen Sie eben das Ohrenschmalzdünne, nähen Ihnen noch einen Knopf an der Backe und die Frikadelle ans linke Radartütchen. Sagen Sie mal, was ist denn jetzt? Da bin ich selber überrascht. Sonst, normal, wenn wir zusammen, da schaffen wir vielleicht 3,5 bis 4,7. Aber die fliegen ja heute hier durch wie die Concorde. Göni, hören Sie auf, in den Gerichtssaal zu scheißen, verdammt, nochmal. Was ist denn hier los? Wo ist denn die Beninsel? Hat der einfach hier eine Brosche gelegt oder was? Ein Brot gebacken? Sagen Sie mal an jetzt hier. 7, 4, 1, 2. Wir haben jetzt in einer halben Stunde alle Fälle durchgebraten. Ja, deswegen riecht es auch so angebrannt. So, das wird doch schon wieder, ich sehe es doch schon wieder, ich sehe es doch schon wieder, was das wird hier. Nein, dann warten Sie mal, dann sagen Sie mal. Dann will ich jetzt wissen. Verfahrensfehler! Was? Verfahrensfehler! Also erstmal haben wir hier Motion Blurred. Das ist schon mal Verfahrensfehler Nummer 1, okay? Korrekt. Und dann ist hier nichts an. Machen Sie mal weiter, kommt noch, glaube ich. Glaube ich, glaube ich. Ah, besser ist auch. Sehen Sie, Herr Juttke. Überschrift Hüpf, Gäßchen Hüpf. Da hat einer den FDP-Dienstwagen nicht ganz unter Kontrolle. Ich meine, ist auch schwierig da, aber ich glaube, da muss man... Nee, da fährt man einfach mal ein bisschen langsamer. Was ist denn mit den Rejoins immer los? Sagen Sie mal! Ja, zu viele Rejoins hier raucht. Leben Sie noch, Herr Juttke? Ja, Herr Juttke. Ja, Herr Sabloffs hier, ja. Ja, ja. Mach ich. Gut. Ja, das müssen wir heute, also, das ist, also, ja, das ist schon wieder, also, an die ganzen Leute da draußen, die jetzt im Gerichtssaal sitzen, können wir uns darauf einigen, dass wir so einen Blödsinn nicht mehr machen? Junge, Junge, Junge. Vorstrafen hat der, weil ich hier gerade das Reingerufe im Gerichtssaal höre, Vorstrafen ja, aber im Vergleich zu seinen insgesamt gefahrenen Rennen ist es noch vertretbar. Dieses Jahr drei Stück schon. Nur dieses Jahr schon drei Stück, Herr Sabloffs. Drei Stück. Dieses Jahr ist ja aber auch schon zum Sechste vorbei. Ja, aber gucken Sie mal, 25.1., 31.1., 7.2., Herr Sabloffs, was sagen wir dazu? Das ist innerhalb von einem Monat vier Dinger. Ja. Ja, Herr Juttke, also mindestens minus 80 und minus 0,4, aber man könnte natürlich auch über drei Tage Pause nachdenken. Entschuldigung, das ist unter Kohlenhydrate. Kein Problem, Herr Juttke, ich habe hier so eine Powerbar, das ist hier gepresste Bauschutt mit ein bisschen Zucker drin, ein bisschen Honig, das bringt Sie wieder auf Vordermann. Das ist wirklich, also, ich finde das nicht gut, Herr Sabloffs, ich finde das nicht gut. Ich auch nicht. Ich finde dieses Verhalten nicht gut. Ich muss das jetzt nochmal gucken, was hier bei dem anderen Ding war. Sollen wir ihn hier? Auch voll reingehalten. Herr Sabloffs, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich möchte ja auch immer gar nicht so hart sein. Eigentlich möchte ich ja so ein ganz täglicher Schwusebär sein. Ja, verstehe ich, Herr Juttke, verstehe ich. Aber wenn ich sowas immer sehe, dann, also gerade sowas, das geht so nicht. Ja, zumal er, wie gesagt, auch keine Anstalten unternimmt, da irgendwie wirklich sicher wieder auf die Strecke zu kommen. Er bleibt da wirklich voll auf dem Trottel stehen, also auf dem Gas. Herr Sabloffs, welche Position beziehen Sie dann? Also ich schwanke da auch zwischen, klar, Mindeststrafe minus 80 und minus 0,4, wenn man sich das anguckt und wie gesagt die Vita des Führungszeugnisses zurate zieht, kann man da definitiv über drei Tage Pause auch mal nachdenken, auch im Hinblick auf die anstehende Gesetzesänderung. Wie sehen Sie, also welchen Teil möchten Sie denn jetzt beziehen? Na, eigentlich hätte ich gerne so ein Luxus-Apartment, was ich gerne beziehen würde. Ja, nur, Herr Sabloffs, bleiben Sie mal bei der Sache. Welche Partei ergreifen Sie denn? Minimum oder Maximum? Ach, Herr Jutke, Herr Jutke, Herr Jutke. Haben Sie mir eine Frage gestellt? Ja. Ähm, Herr Jutke, ich bin, ich bin. Also ich bin da zwiegespalten wie so ein Stück Holz, was man mit der Axt durchtrennt. Herr Sabloffs, jetzt machen Sie doch bitte endlich mal eine Entscheidung. Na komm, geben Sie drei Tage und Ende aus dem Mickey Mouse. Okay, ich möchte von Ihnen jetzt wissen, welche Partei beziehen Sie denn? Sie beziehen die volle Härte, ja? Machen Sie volle Härte. Ich bin für die andere Partei. Wir spielen jetzt beide Schnick, Schnack, Schnuck. Wer gewinnt, entscheidet. Mit Brunnen und Laserpistole? Ohne Brunnen und ohne Laserpistole. Sind Sie bereit? Okay. Stein, Schere, Papier. Schere, Schere. Stein, Schere, Papier. Okay. Drei Gewinnrunden. Stein, Schere, Papier. Okay, nochmal. Ich hab eins, eins. Stein, Schere, Papier. Stein, Schere, Papier. Okay, ich hab gewonnen. Wir sind trotzdem drei Tage. Ist scheißegal, ist nur für einen Unterhaltungsfaktor gewesen. Als wenn wir hier Strafen auswürfeln. Wo kommen wir denn da hin? Sie sind ja ein richtiger Entertainer wie dieser hier, dieser Dieter Thomas Heck. Naja, wo, also sag ich Ihnen ganz ehrlich, wo kommen wir da hin? So, wollen wir jetzt hier einfach mal uns noch ein paar rausnehmen? Also, Herr Jutke, wie Sie wollen, da können wir auch mal ganz spontan, äh, Na klar, gehen wir mal. Ich denke mir dann eine Fallüberschrift aus und dann... Was haben wir denn hier? Jupptibalaika, Rannan, sag ich, und mit dir wen, sag ich immer. Das ist jetzt die Überschrift für diesen Fall, ja? Äh, nee. Finde ich gut, nehmen wir so. Ist verbucht. Okay. Gucken wir mal, was hier los ist. Ton haben wir. Ah, oha. Also, ich glaube, da müssen wir mit dem Mikroskop gucken. Oh. Ja, war schon wieder, war schon wieder kritisch. Danke, dass wir... Okay, gut, gut. Halt. Zurück. Da sind... Lassen Sie mich raten, erste Runde. Was ist denn mit der Menschheit los? Haben die denn alle in der ersten Runde keinen Bremsfuß oder was? Ist deaktiviert. Also, mal für Sie da draußen auf der Bank, die jetzt hier quasi im Gerichtssaal sind und zugucken. In der ersten Runde sind Reifen kalt, Bremse kalt, Fuß kalt. Bedeutet, nix Maximum wie sonst immer beim heiße Runde fahren? Nee, 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 kalt, vorsichtig, Platz lassen, gegenseitig, ein bisschen. Racing in der Antarktis. Alles kalt. Auch kalt. Erste Runde... Was haben wir... Haben wir nicht so ein Ding schon mal gehabt hier? Ja, ne? Jo. Rufen wir jetzt mal raus hier. Wahnsinn. Habe ich hier schon. Causing, Causing Collision. Geht zu spät auf der Bremse. Oder zu früh auf dem Gas. Nee, zu früh. Dafür müsste man das jetzt nochmal ein bisschen sehen. Ja, das ist zu früh runtergegangen. Kann ich Ihnen sagen. Habe ich gesehen. Herr Sablowski, was ist denn los mit Ihnen? Sie waren jetzt im Urlaub und jetzt können Sie mit Ihren komischen Augen nichts mehr sehen? Naja, also, wir waren ja Skifahren in der Karibik und da war ich wahrscheinlich zu nah an der Sonne. Und auch beim Bergsteigen in den Niederlanden war es jetzt... War nicht gut für die Kulpsen. Für den Krieg-Apparat. Ein paar an der Antenne haben sie. Ich habe hier noch was hier. Provoke and Accident. Text, break too late. Bin gespannt. Mal gucken, ob das en vogue ist. Können wir nicht gucken. Nee, können wir nicht. Fällt leider raus wegen... Haben wir heute nicht. Ist nicht. Oh, den hatten wir heute auch schon mal. Kommt mir sehr bekannt vor, dieses Fahrzeug. Ihnen auch? Das ist ein blauer BMW, wie er an jeder dritten Ecke steht. Auf jeden Fall in Berlin-Neukölln. Waren Sie schon mal in Berlin-Neukölln? Zur Vertretung am Gericht, ja. Ja? Da stehen die in schwarz. Ach so. Hm. Dann war es wohl doch Wedding. Was ist das denn? Schwarz... Oh, jetzt geht's wieder. Aber auch wieder ohne Ton. Ei, 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 ei. Joa, okay. Hä? Ich glaube, er hat... Hier wurde nur... Das abkürzen. Jetzt müssen wir aber... Jetzt müssen wir aber mal kicken. Okay. Das ist ja nicht mal regelkonform. Was soll ich damit anfangen? Was soll ich denn jetzt hier entscheiden? Was war denn hier das Vergehen? Dass er geradeaus durchgefahren ist? Und nicht in den anderen reingecrasht ist? Also man hat gemerkt, hier, okay, zu spät zur Bremse, ja. Und dann, klar, macht das eigentlich ganz gut. Wenn er da nämlich nach links zieht, dann wäre es viel, viel schlimmer geworden. Ich meine, gut, man sieht jetzt hier direkt, äh, gucken wir mal, wie weit der Abstand danach ist, nach der Kurve. Gut, okay, der, das andere Fahrzeug verbimmelt die andere Kurve. Dementsprechend kann man das jetzt hier nicht, ähm, nachweisen. Ja, Herr Juttke, was sagen Sie? Da ist der BMW aus Wedding mal schön über die Brandenburger Wiese hier fahren. Aber er hat doch dafür einen Cut gekriegt, äh, also vom, vom, vom Stuart. Ja. Aber was soll wir, was, was soll wir denn jetzt noch machen? Stuart Liddle heißt der, ne, der da immer an der Rennstrecke steht. Ja, also was soll wir jetzt denn hier jetzt machen? Ja, dann machen Sie, äh, no further action. Herr Juttke, das können Sie doch auch, Sie können doch auch freisprechen, Sie können doch auch sagen... Naja, also, ja. Ich meine, endlich war jemand mal so schlau und hat das scheiß Kiesbett benutzt. Und jetzt beschweren sich die Leute darüber, dass jemand das Kiesbett benutzt und nicht wie so ein Irrer da reingefahren ist. Also man sieht ja, dass er sich wirklich, also auf dem Curb da bremst und ich sag mal, dadurch wirklich ja noch, ähm, eine Kollision oder ähnliche vermeidet. Also es war an sich gar nicht so schlecht, was er vielleicht hätte machen können, ein bisschen warten. Aber andererseits, äh, das Fahrzeug hinter ihm hat die zweite Kurve verkackt in der Schikane und demnach war da sowieso dann der Abstand noch viel, viel größer. Also von daher, ich würde da auch, no further action, ja. Da müssen wir doch auch nicht mal irgendwas zu schreiben. Guck mal, ich guck mal, ob es da irgendwas gibt. Herr Juttke, lassen Sie mich kurz hier in den Akten kramen. Also es gibt, äh, wenn man wirklich abkürzt mit Absicht, dann gibt's natürlich, also da, das Strafmaß bei Abkürzen mit Absicht ist sehr, sehr hoch. Da gibt's drei Tage Pause, minus 80 und minus 0,4, Herr Juttke. Aber hier, wie gesagt, sehe ich absolut keine Absicht und eher noch im Nachgang ein relativ, ja, smartes Verhalten. Was natürlich nicht bedeuten soll, dass die Damen und Herren jetzt versuchen, immer auf den Körb zu bremsen, um dann geradeaus durchs Kiesbett zu fahren. Weil gerade solche Sachen kann dann auch, wenn's in der Öffentlichkeit verhandelt wird, schnell zum Missbrauch führen, Herr Juttke. Aber, ja, ich würde hier no further action, ähm, vergeben. Hab jetzt hier aber auch keinen vorgefertigten Text dafür. Da muss man ja auch ehrlich gesagt nichts zu schreiben. Was wollen Sie dazu schreiben? Ja. Also, das ist das erstmal... Ich kann ja noch einen Urlaubsbericht mit hinschreiben oder so. Das ist auf jeden Fall erstmal gar nicht regelkonform, äh, also der, der Report, weil uns fehlt ja auch noch eine andere Kameraperspektive. Ja. Also, ja, aber ich würde hier auch no further action. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also, das schicken wir so raus. Das ist ja, also, was haben wir denn hier? Hm, 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 wieder ein BMW. Haha. Dann schauen wir mal. Wobei prozentual ist das weniger geworden, ne, mit, mit diesen bayerischen Mistwagen. Stimmt, stimmt, stimmt. Hier vorne hat es auf jeden Fall schon mal gekrachert. Da geht es schon wieder in die, äh, Spinala. Vielleicht nochmal. Oh, ich glaube, das wird knifflig wie so ein, äh, Sudoku für, für Fortgeschrittene. Ne. Gucken wir mal. Steht nicht auf der Bremse, kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Hab ich nämlich schon drauf geachtet. Äh, und hier noch ein, 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 Rijoin. Ernsthaft? Wirklich? Der steht da, wartet, und dann kriegt's der letzte, bummelletzte, kriegt's noch in ihm reinzufahren? Okay. Mhm. Ach, es geht sogar nur um den Porsche. Weil, glaube ich, der da nicht wirklich was für kann. Wer? Der Porsche, weil da vor ihm, vor ihm ja der Unfall passiert. Oh doch. Okay, der aber auch. Ei, 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 ei. So, und dann macht er das hier. Ja. Leck mir doch die Rinne rostig. Ähm. Ja, Herr Juttke, ich prüfe mal. Sagen Sie mal, welche Aktenzeichen haben Sie da jetzt genommen? Äh, muss ich selber kurz gucken. Moment. Zurück in den Saal. Übrigens haben wir einen hohen Besuch, äh, Herr elektrischer Mann. Grüßen Sie. Äh, das ist das Aktenzeichen. Wie, jetzt ist der Elektriker, äh, der Elektriker jetzt hier und noch? Der Elektriker ist da, ja. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Aktenzeichen das ist. Doch, äh, 7427. Der wird uns jetzt erleuchten, der Elektriker. Mhm. Was, was haben Sie gerade gesagt? Jetzt habe ich Ihnen gerade aus Versehen mal nicht zugehört. Ja, zu Recht auch. Äh, 7427. Der junge Mann hat keine Vorstrafen. 7427. Wir müssen jetzt, äh, gerade bei solchen Sachen müssen wir natürlich aber auch ein bisschen drauf aufpassen. Ja, okay. Der, der, der Porsche ist in dem Fall richtig. Frisch. Richtig, ja, naja. Ein Frischling. Aber das ist Runde 1. Also, Herr Sablowski, ich muss Ihnen da wirklich, ich muss Ihnen sagen, wir gucken uns das jetzt nochmal an. Ich würde da wirklich mit voller Härte reingehen. Weil das, das sollte ja wirklich von Anfang an lernen. Mit kann Nickelfangschlag, äh. Das von Anfang an bis heute gleich rein. Da müsste man jetzt eigentlich alle in den Sack stecken und mit dem Knüppel drauf. Da müsste man richtig mal reinhauen, ja. Ich meine, hier vom BMW auch nicht ganz pfiffig, muss man schon, ehrlicherweise dazu sagen. Oh, nee, 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 warum? Der steht da, Herr Sablowski jetzt. Hören Sie mal auf. Also, es sind Leute noch... Man sieht jetzt nicht, man sieht nicht, wie, wie von hinten, wie, wie weit der, der Porsche, der, der BWL-Manta da von hinten kommt, ja. So. Und der steht auf der Bremse und wartet alles ab, bis alles vorbei ist und jetzt fährt er raus. Herr Sablowski, ich bitte Sie. Man konnte, ja, ist ja gut, Herr Juttke, ist ja gut. Herr Sablowski, bringen Sie bitte den Leuten im Gericht nicht so einen Scheiß bei, weil er fährt sogar extra noch nach außen, Herr Sablowski. Ja. Nee, Herr Juttke, ich putze kurz die Brille. Da muss wohl Fliegenschiss drauf gewinnen. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, da ist zwar ein bisschen was an der Putze falsch. Ja. Da wurde kurz die Platine zu heiß. Entschuldigen Sie bitte, Herr Juttke. Ja. Nee, nee, deswegen, das habe ich so nicht erkannt. Ich, auch ich kann mich ja... Irren, es ist menschlich, das ist okay. So, hier soweit erstmal okay. Ah, nee, hier nicht mehr. Nee. Und, ja. Ja, und hier musst du, ah, okay. Ich nehme alle zurück, Herr Juttke. Nee, also da machen wir, da sage ich Ihnen ganz klar, wie es ist, das wird also drei Tage Pause. Also auch, es tut mir leid, auch wenn dieserjenige Herr noch nie aufgefallen ist, aber in der ersten Runde, also es tut mir leid, wir müssen da wirklich durchgreifen. Absolut, Herr Juttke, absolut. Das ist Verhalten, das tut mir wirklich leid, das geht nicht. Stimme ich Ihnen zu, da stimmen wir ein. Tja, das, das, das geht so nicht. Das, nee. Also eigentlich... Ja, eigentlich können wir Ihnen gleich das Massencrash-Ding reinzimmern. Ja. Das Massencrash-Ding. Und, äh, dazu noch Unsafe Rejoin. Den Text kann man gleich mal hinterherhauen. Da machen wir eine richtig schöne Suppe draus. Da machen wir jetzt eine richtige Suppe draus. In, in richtet. Jawohl. So, und dann kriegt der gleich nochmal Unsafe Rejoin, kriegt der auch nochmal hinterher hier. Wo ist denn das hier? Unsafe Rejoin. Ah, sehen Sie, sehen Sie das zufällig, Herr Zablowski? Warten Sie, ich schau mal mit, Herr Juttke, kleinen Moment. Warten Sie mal, der kriegt aber gleich mal ein ganzes Buch hinterher geschoben hier. Wo ist denn jetzt meine Maus schon wieder, verdammte Hacke? Da. Die ist, achso, ja, okay. Hier haben wir es doch. Unsafe Rejoin. Ja, also da muss ich aber dem Gerichtsreiz zugeben, der Massencrash wurde vor ihm verursacht. Er verbessert die Situation nicht ganz, also... Unsafe Rejoin causing a collision und... Wollen Sie nochmal, wollen Sie nochmal genau hingucken? Herr Zablowski, wollen Sie, wollen Sie nochmal gucken, wer, äh, wollen, wir gucken nochmal rein, ja? Also ich lass das Band mal, ich lass das Band mal kurz laufen. Also das, äh, absolut unsafe Rejoin... Nee, nee, warte, 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 warte. Ja, ist ja gut, Herr Juttke. Oh, hier, gucken Sie nochmal. Gucken Sie nochmal ganz genau hin. Das sind doch aber die Beben davor so leicht, oder irre ich mich? Ich denke, sie irren sich, weil der junge Mann gibt noch den richtigen Effet dazu, dass die beiden erstmal abfliegen auf die andere Seite. Also so einen richtigen Drall, hoch hier über deinen Rechter. Da, und dann nochmal rein. Mit Außenriss. Na gut, Herr Juttke, machen Sie. Also ganz ehrlich, je mehr ich mir das angucke, desto mehr möchte ich eigentlich draufhauen. Aber noch mehr geht nicht. Nee, nee, noch mehr geht nicht. Also er war noch nie auffällig, aber trotzdem. Also ich meine, das sind acht Rennen, ne? Ja. Es sind acht Rennen. Nee, aber da bin ich auf jeden Fall, also mit drei Tagen ist hier mindestens, bin ich da voll, voll mit Ihnen d'accord. Aber ich bin ganz ehrlich, Herr Sablofsky, ich würde auch sieben reindonnern. Sieben sogar? Ich würde da sieben reinzimmern, ja. Weil man sieht hier, also an keiner, also wirklich, Herr Sablofsky, man sieht nirgendwo die Ambitionen, seine Fehler wieder gut zu machen. Aber gibt es der Strafenkatalog überhaupt her? Sieben Tage? Ja. Sieben Nächte, sieben Wunder und noch mehr? Ja. Also, drei bin ich d'accord. Drei bin ich d'accord. Und wie gesagt... Wir gehen drei. Wir gehen drei. Genau. Man muss immer, man kann nicht zu hart beim ersten Mal schon. Richtig. Das geht nicht. In der nächsten Legislaturperiode, wie gesagt, hier nochmal die Ankündigung. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Machen wir? Alles gut, Herr Juttke. Alles gut. Ich bin da etwas aufgebracht jetzt hier. So. Das ist hier die 7481. 7481. Ja, nee, das können wir nicht. Das geht nicht. Was ist denn hier? 7474. Das ist ein Link, den kenne ich nicht, den klicke ich nicht. Können wir auch nicht gucken. Haben wir denn noch irgendwo etwas, was wir gucken können hier? Das können wir gucken. Das ist aber langsam. Okay, aber wir gucken uns das mal langsam an, weil ich glaube, es wird ein sehr dekadenter Formfehler. Auf ergeraden? Es wird nicht wirklich auf ergeraden, oder? Lassen wir uns mal überraschen, Herr Juttke. Warum läuft es hier nochmal in Zeitlupe? Herr Juttke, was in der Fontanelle von dem einen oder anderen vorgeht, fragt mich auch manchmal. Oh, jetzt wird es schneller. Nicht auf ergeraden. Von außen kommt noch was. Oh, der dritte Unbekannte. Na, da fällt mir doch ein Ei aus dem Beutel. Ja, schön. Ja. Aber hier auch ganz klar auch nochmal in den Gerichtssaal gerufen. Es gibt jetzt auch eine Änderung, dass bei Formfehlern es nochmal die Möglichkeit gibt, den Report länger einzureichen. Ich weiß nicht, ob diese Änderung schon gesetzlich umgesetzt ist, aber die wird es auch geben. Das heißt, wenn Sie einen Formfehler machen, wird es dann nochmal um genau die gleiche Zeit, wie es vorher jetzt hier möglich war, den Report einzureichen. Also dann nochmal extra 72 Stunden drauf. Ja, also das war wirklich schade, dass es hier ein Formfehler ist. Müssen wir uns jetzt hier die halbe Stunde angucken, wie er da kommt. Wirklich sehr, sehr schade, aber da sollten wir auf jeden Fall den Herren oder die Dame ermutigen, diesen Report nochmal einzureichen. Ja. 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 da fehlen einem manchmal die worte definitiv also das wäre schon dreitägiger aber müssen wir leider ablehnen weil wir nicht beziehen können wer ist derjenige also hier auf jeden fall wie gesagt unbedingt ermutigen report noch mal einreichen mit dem hat eingeblendet damit wir das auch wirklich verifizieren können wäre wirklich schade drum also 72 rennen gefahren und dieses jahr schon drei reports und geschwindigkeit auf eins korrekt also jüdke wollen sie da mal ihre ihre zarten fingerchen über die tastatur flattern lassen die vögel die im winter in süden fliegen bei mir klingelt gerade ich bin ganz kurz mal weg moment okay jüdke und jetzt stehe ich hier wie max in der sonne mit wind im h und king kam in der tasche haut der jüdke einfach ab naja kann ich roswitha anrufen roswitha schätzchen ja ich bin sein dein ronni ja 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 dein oller der ist gerade irgendwie da klingelt es an der tür ja 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 du wo wollen wir denn wo wollen wir denn nächste mal hin schlittschuh fahren in thailand ja schön ja zwiebeln bringe ich nachher noch mit knoblauch ja okay mensch roswitha du willst aber hier wieder eine heiße falle machen mal junge junge nie ach das ist was haben sie schon nicht 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 ja jüdke so einer geht noch herr jüdke jawohl dann machen wir ihn stopp haben wir hier können wir nicht gucken es wird ein breit bild ja auch zu viele region zu breit bild dann stopp stopp hei hier ist ja ein richtiger roman mit dabei oh herr sablowski können sie schon fühlen was gleich kommt ich fühle eine menge schon wenn ich das sehe da muss ich auch da brauche ich luft am kopf ich kann schon spüren wenn ich das schon sehe oh manös da muss ich aber ganz schnell wo es sie wahrscheinlich auch Eddie wir sind in der staatphase in der startphase Was soll das hier schon wieder? Lassen wir uns mal überraschen. Echt? Wirklich? Also ehrlich? Gleich draufkloppen. Wir wissen doch noch gar nicht, was passiert. Natürlich! Der junge Mann startet überhaupt nicht da, wo er starten soll. Das ist korrekt, ja. Nee, ist nicht erlaubt. Aber so weit würde doch Stuart Lidl bestrafen, wenn es im falschen Rahmen ist, oder? Nee, nee. Weil das scheiß Ding immer buggy ist. Nicht immer, aber ab und an mal. Eieieieiei. Das ist wirklich sehr interessant, ja. Nun, dann prüfen wir mal, gab es dafür einmal zur Darmtoilette? Da kommt noch mehr. Oh, das ganze Video ist drei Minuten lang. Eieieiei. Hat er sich gerade, hat er sich gerade, hat er sich gerade selbst reportet? Ich prüfe mal, nennen Sie mir mal die Nummer, Herr Juttke. Was? Welche Nummer? Von wem? Na, die von Ihrer Frau. Mensch, die... Die haben Sie doch schon, Sie waren doch mit Ihrem Urlaub, verdammte Scheiße, Herr Sabloff. Wie lange, wenn Sie dann noch drauf rumreiten, dass Sie mit meiner Frau im Urlaub waren und ich hart gearbeitet habe währenddessen. Und der Aktienkurs trotzdem noch in den Keller geht. Die Report-Nummer Juttke. Nee, jetzt will ich das zu Ende gucken gehen. Nein, nein, gucken Sie mal. Offensichtlich ist der Gelbe vorherig. Der Delinquente. Aber das verursacht hier, hat ja wohl jetzt der McLaren an der Stelle. Korrekt. Aber volle Esse. Aber Juppty Baller Laker. Aber holland die Fall sich... Ruf eine interessante Rennlinie. Nee, aber interessant gefangen. Ja, absolut. Also ich sag mal, der BMW drückt leicht nach links, aber für mich nicht ausschlaggebend. Ja. Ja. Okay. Na, sagen wir mal so. Was sollen wir denn da jetzt bestrafen? Also ich sag mal, das Verhalten, das Delinquenten ist auf jeden Fall mehr als fragwürdig insgesamt. In der Gesamtschau, ne? Also ich... Ah, schwierig hier jemanden zu bestrafen. Tatsache dafür, also... Nice, hey. Für mich fast. Ja. Aber er hat ja hier auch nichts gut gemacht, am Ende. Was sollen wir denn jetzt von den drei Dingen... Also der Start gefällt mir schon mal gar nicht. Dafür würde ich... Aber dafür haben wir ja nichts im Dings. Nee, absolut nicht. Ist schwierig. Also in der Gesamtschau, wie gesagt, ist... Also es kann auch hier, hier wird verdächtig viel Grip geschrieben, kein Glück sein. Müsste man tatsächlich nochmal wirklich alle Eingaben prüfen. Und auch da behalten sich ja die Ermittlungsbehörden vor, bei verdächtigen Situationen da das ein oder andere Mal die Telemetriedaten einzufordern. Der Kies ist okay. Der Kies ist okay. Die man per Fax schicken muss. Der Kies ist okay. Da ist nichts Schlimmes dran, weil der Kies bremst halt extrem aus. Das ist nicht so wie Rasen. Ja. Ja, korrekt. Und der verliert ja also auch sehr viel Geschwindigkeit. Haben wir denn irgendwas in die Richtung Unsportsmanlike, Kontakt? Sich vor dem Rennstart absichtlich zurückfallen lassen, haben wir nur. Kontakt ist sächsisch für Kontakt, richtig? Ja, richtig. Du kürzt hier absichtlich ab, um dir einen Vorteil zu verschaffen? Naja, weil, naja, also, nee, ja eigentlich nicht, weil er ja rausgeheatet wird. Also wie gesagt, das Verhalten des Angeklagten ist auf jeden Fall insgesamt in der Gesamtschau ein bisschen fragwürdig. Also, ich finde, man erkennt immer relativ schnell auf der Strecke den Charakter des Piloten. Hm, nicht so positiv. Vielleicht, nee. Vielleicht sollte man da irgendwie ins Gewissen reden, aber ja, wie würde man das jetzt bestrafen? Oder was macht man da am besten? Eigentlich, ja, ein Gespräch mit dem Erziehungsbeauftragten oder so. Keine Ahnung. Theoretisch müsste man da mal ein Gespräch führen, ja. 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 Ja, den Rest, da sehe ich es hier ähnlich wie, ähm, Herrn Alex. Ich, ja, ganz ehrlich, ich würde den, den ausnahmsweise mal abgeben. Ja. In das nächste höhere Gericht. Ja, richtig, richtig. Äh, Bundesverfassungsgericht. Ja. Weil, das sollte jemand entscheiden, der mehr, mehr Gewalt hat. Ja. Interessant. Na, dann machen wir noch einen. Na los, Herr Juttke. Weil wir gerade so schön beisammen sind. Weil wir doch so schön beisammen sind. Sagen Sie mal Stopp. Ach ja, äh, Stopp. Was haben wir denn hier? Na, dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht machen. Vor allem hat der da wirklich unten Automobilista 2, naja. Ja, hat er. Sagen Sie Stopp. Stopp. Okay, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Können wir auch nicht nehmen, Herr Juttke. Ich glaube, es geht nicht. Wir haben aber richtig Glück heute, was? Ich habe also, ich bin, ich habe Stimmen. Sie greifen richtig durch hier. Aber richtig in den Scheiße-Top. Stopp. Ach, du Jemini. Aber gut. Das geht. Das können wir gucken. Der scheint zu gehen. Ja. Was haben wir denn hier? Ich fühle mich wie ein, äh, 2000. Äh, äh, ähnlich. Sieht ein bisschen aus wie Bleifuß Rally. Ich weiß, was passiert. Sind sie Nostradamus? Oder? Aber ja. Das war, war rauszusehen. Dann müssen wir, wenn wir jetzt in 2000 sind, müssen wir den Report in T9 drin schreiben, oder? Ja. Ja, leicht, also Stupser, aber klar, muss man bestrafen. Aber man muss auch ehrlich zugeben, also, äh, die Simulation ist, äh, sehr, sehr hardware-hungrig. Also, da, ein liebes Volk aus dem Gerichtssaal, auch ich. Ist auch schon, also, der, sagen Sie weiter? Äh, auch ich musste das mal auf dem Taschenrechner simulieren lassen. Dementsprechend da bitte keinen Spott. Der Brems ist aber auch interessant. Also, man könnte sogar dem McLaren vorwerfen, dass das Moving Under Braking ist. Korrekt. Aber der Aston war zu spät. Also, der hätte so oder so den Proven nicht richtig. Ja, müssen wir mal gucken hier. Links beim Curb ist ja spätestens der Bremspunkt. Ah, er bremst schon früher. Fängt auf jeden Fall früher an. Nee, aber nur halb. Achten Sie mal auf die Bremsehöhle, der steht noch nicht voll drin. Da haben Sie sich, aber will er eh ihn rausgesucht jetzt hier zum Schluss. Ja, siehe, steht nur halb drauf und nicht ganz. Also, der Aston bin ich mir, ja, gucken wir mal, wie viel Kmh er jetzt kurz vor dem Kontakt hat. Das wäre jetzt interessant. Voll verzögert, voll verzögert. Ah, schwierig. 130. Absolut. Und der ist schon 20 kmh langsamer. Deswegen, Herr Dr. Krilega, habe ich auch das gerade in den Gerichtssaal gerufen. Kein Spott für denjenigen oder diejenige, das mal neutral zu halten. Was war denn da mit dem Aston los? Hat der gepennt? Also, ich finde es hier relativ schwierig, weil wir haben ja wirklich Moving, aber Moving on the break, er bremst sich auch rein, er ist klar vor ihm. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, da ist es... Bremst sich einfach rein, ja. Ja, es ist jetzt weniger was mit verteidigen, also... Ja, absolut, absolut. Also, er zieht ja nicht komplett irgendwie nach rechts und er war wirklich komplett vor ihm. Also, es ist ja nicht so, dass er irgendwie neben ihm war oder nur einen halben Zentimeter, eine Fingernagellänge. Also. Und dann sehen wir dann doch da die Schuld beim Aston. Herr Juttke? Ja. Der hat halt nur halb gar gebremst. Das ist das Problem. Der ist halt, der hat die Bremse nochmal gelöst. Ja. Ja, dann wäre das Zeile 8. Ja, hier sehen wir wirklich weit, weit davor. Also, da passt locker anderthalb Wagen dazwischen. Ja, der steht jetzt nur halb auf der Bremse. Ja. Naja, ist zu wenig. Ist zu wenig. So, und hier fängt er voll an. Ich denke, da können Sie Zeile 8 aus dem Gesetzbuch nehmen. Vielleicht könnte man, dass er zu spät auf der Bremse ist, zu wenig auf der Bremse, oder? Da könnte man, da könnten Sie mal schauen. Zeile 8. Genau. Was? Ich glaube, wir nehmen zu spät nicht richtig auf der Bremse. Ja, Herr Juttke. Ganz toll. Klasse. Wie Sie das immer lösen. Das wird der finale Fall für uns heute, Herr Saplauski. Wir haben ja wirklich sehr hart durchgegriffen heute. Also, Herr Juttke, heute das Ding aber, also... Das ist interessant, oder? Herr Juttke, ich bin selber ein bisschen überrascht. Also, meine Platine, die brennt ein bisschen. Ja, wir waren heute wirklich zügig. Aber es war auch lehrreich, muss ich sagen. Ja, ja. Es war lehrreich. Hat mir wieder Spaß gemacht mit Ihnen, Herr Juttke. Dann würde ich doch sagen, wiederholen wir das in zwei Wochen nochmal. Ich werde nächste Woche auch noch alleine vor Gericht ziehen, Herr Saplauski. Wie Sie möchten, Herr Juttke, wie Sie möchten. Wir machen dann gerne verabreden uns alle zwei Wochen. Also, dementsprechend am 1.3. Ja, ich möchte ja die Zeit wieder gut machen, wo Sie jetzt mit Ihrer Frau... Meiner Frau, genau. ...urlaub haben. Korrekt.